Trügerische Masken Von Michael Freuding Wenn ich morgens um halb sechs zur Arbeit gehe, bin ich die meiste Zeit alleine. Nur in der Waldseerstraße kommt mir ab und zu ein Radfahrer entgegen. Er fällt mir auf, weil er immer eine weiße FFP2-Maske trägt. Der Fremdkörper bläht sich abwechselnd um seine Nasenflügel und ploppt ihm gegen den Mund, als handelte es sich um eine Art Zecke, die ihren Wirt aussaugt. Tuco, der Anti-Held aus Sergio Leones, zwei glorreiche Halunken, würde gewiss sagen, dass es zwei Kategorien von Menschen gibt, wenn er das sähe. Die eine Kategorie unserer Spezies trägt Papiermasken, die andere FFP2 aufwärts. Eine dritte Kategorie ist gerade am Aussterben, weil der gesellschaftliche Gegendruck wächst. Keine Maske zu tragen, gilt als asozial und menschenverachtend. Die echten Corona-Extremisten erkennst du an ihren FFP2-Masken, verriet mir vor kurzem mein 18-jähriger Sohn. Man sieht hinter dem Mundschutz ja nicht viel von ihren Gesichtern, aber ihre Augen schauen oft vorwurfsvoll und verbittert, wenn sie einem auf der Straße begegnen. Atmen ohne Maske ist ein Privileg, das einem mancher neidet. Deshalb werden viele Corona-Apokalyptiker aggressiv, wenn auch Menschen mit Maskenbefreiung am Leben teilhaben. Die Maske ist zum Symbol einer Massenbewegung geworden. Wer eine Maske trägt, gehört zur Mitte der Gesellschaft. Wer sie verweigert, stellt sich damit ins Abseits. Nach dem Motto, die Gedanken sind frei, blieb die politische Einstellung eines Menschen bis vor kurzem für Dritte ein Geheimnis. Deshalb konnten sich selbst Heretiker und Ketzer inkognito in der Masse bewegen, ohne dass sie ihren Mitmenschen auffielen. Beim Thema Corona ist das anders. Wer hier seinen abweichenden Ansichten treu bleibt, sticht automatisch negativ hervor und macht seine innere Einstellung öffentlich zum Thema. Diesem Sog kann man bloß entrinnen, indem man Kompromisse schließt. Für die meisten Skeptiker bedeutet das, wo eine Verordnung die Maskierung vorschreibt, trägt man eine billige OP-Maske. Und wer ganz verwegen sein möchte, verzichtet noch darauf, den Draht über dem Nasenbein in eine ergonomische Form zu biegen. Auf diese Art beweist man Mut und sendet eine Botschaft. Mit etwas Glück könnte so eines Tages eine Art Maskensprache entstehen, die ähnlich differenziert ist wie die menschliche Mimik. Die Wahl der Maske ist dabei das erste und wichtigste Statement. Papiermasken sind etwas für Mitläufer. FFP2 signalisiert Zustimmung. Und wer FFP3 trägt, dem erscheinen die Lockdown-Maßnahmen der Regierung wahrscheinlich noch zu lasch. Fragt man sich, wie es zu dem gegenwärtigen Zustand unserer Gesellschaft kommen konnte, lässt sich die Wirkung der Maske kaum überschätzen. Die Maske ist mehr als bloß ein Kleidungsstück, das uns vor Viren schützen soll. Sie ist ein Symbol für den Gehorsam und ein Zeichen der Macht. Die Motive der Menschen für die Akzeptanz der Macht mögen zwar unterschiedlich ausfallen. Grob gesagt gibt es aber zwei Grundlinien, die man immer wieder beobachten kann. Die einen geben sich geschlagen und ordnen sich unter. Die anderen stellen ihr Vertrauen gegenüber den Regierungen und ihre Aufgeklärtheit bewusst zur Schau. Letzteres trifft selbst auf diejenigen zu, die sich tatsächlich vor einer unsichtbaren Gefahr fürchten. Denn, wenn sie der Erzählung vom bösen Virus Glauben schenken, ist das ja gleichzeitig ein Vertrauensbeweis gegenüber der Macht. So wird derjenige, der sich regelkonform verhüllt, quasi zu einem Satelliten, der im Gravitationfeld der Machtkreis und sie bestätigt. Der lange Arm der Regierung hält ihn an unsichtbaren Fäden auf der Bahn und macht ihm den großen Schritt in die Freiheit unmöglich. Die schlimmste Eigenschaft der Maske ist freilich nicht ihre Symbolfunktion, sondern die Tatsache, dass sie ihre eigene Realität erschafft. Masken übertragen den Corona-Mithos ins reale Leben, indem wir sie im Gesicht tragen. Wir schützen uns vor einer unsichtbaren Gefahr, die durch den Gesichtsschutz sichtbar wird. Gerade so, als handelte es sich bei den Viren um Licht, das wir erst sehen können, wenn es auf die Oberfläche eines Gegenstands trifft. Begleitet wird der Maskenzauber von anderen realen Einrichtungen, wie Impfzentren, Zeltkrankenhäusern und Teststationen. Selbst wenn in diesen Einrichtungen nie ein Mensch behandelt worden wäre, stünden sie doch als stumme Zeugen da und würden die Corona-Erzählung durch ihre bloße Existenz beweisen. Das ist eine besonders perfide Art der Propaganda, denn sie schafft das Vertrauen in eine behauptete Realität, indem sie diese Realität künstlich ins Leben ruft. Die Masken, Impfzentren und Teststationen sind vorhanden, also werden sie wahrgenommen. Somit leben wir real im Corona-Ausnahmezustand, ganz unabhängig davon, ob ein neues Virus existiert, ob dieses Virus tödlich ist oder ob PCR-positive gesund oder krank sind. Die Frage, ob es einen konkreten Anlass für die neu erschaffene Realität gibt, wird in der Regel gar nicht mehr gestellt. Kurzfristig würde wohl so gut wie niemand Maßnahmen wie Lockdowns oder Hygienevorschriften infrage stellen, solange die Gründe für die Einschränkungen gut vermittelt sind. Weil die Corona-Maßnahmen sich langfristig aber gegen die Natur des Menschen richten, bedarf es mehr als der bloßen Vergegenständigung einer Geschichte. Die Geschichte muss laufend neu erzählt und erweitert werden, um den Widerstand gegen ihre Konsequenzen in Zaum zu halten. Deshalb hat Angela Merkel bei der Verkündung des Oster-Lockdowns 2021 von einer neuen Pandemie gesprochen und das Bild eines mutierten Virus gezeichnet, das gefährlicher und tödlicher sei als das Alte. Nach Hannah Arendt wissen Menschen, die auf diese Weise Macht erzeugen und ausüben, sehr gut, dass die Massen nicht durch die temporären Erfolge einer überzeugenden Demagogie gewonnen werden, sondern nur durch die sichtbare Wirklichkeit und die Macht einer lebendigen Organisation. Vergegenständigt und in die Wirklichkeit gesetzt wird das Corona-Narrativ gegenwärtig mit Hilfsmitteln, die das Szenario in die Realität rücken. Menschen gewöhnen sich allerdings an so gut wie jeden Zustand. Sie müssen somit immer wieder aufgeschreckt werden, um am Ball zu bleiben. Andernfalls verlören sie mit der Zeit das Interesse am Thema und würden ihre Freiheit von den Politikern zurückfordern. Deshalb hat die deutsche Politik ein perfides System entwickelt, das immer dann Lockerungen verheißt, wenn der Widerstand wächst. Sobald die Bevölkerung dann durch massenmedial verbreitete Erweiterungen der Geschichte wieder genügend verängstigt ist, drehen die Verantwortlichen den Spieß wieder um und fahren mit ihrem Programm fort. Die Maske fungiert dabei als Überbrückungsglied, mit dem die Realität der Erzählung während der Lockerungsphasen aufrechterhalten wird. Wir atmen gefiltert, also gibt es auch eine reale Bedrohung unserer Existenz. Darin dürfte das wohl wichtigste Geheimnis des derzeit grassierenden sozialen Wahnsinns liegen. Die Maske fungiert der Erzählung. Der Ausland